Im Lieferumfang der sehr schön gestalteten Verpackung der Blaupunkt VIO B30 Überwachungskamera befindet sich die Kamera selbst, eine Antenne für den WLAN-Empfang, Dübel samt Schrauben, eine Schutzvorrichtung für das LAN-Kabel, falls die Kamera über LAN verbunden werden soll, ein Netzstecker und eine Kurzanleitung. Die Antenne lässt sich dann einfach auf den Anschluss drehen. Über die zwei Schrauben auf der Unterseite der Kamera erhalten Sie Zugang zum MicroSD-Kartensteckplatz, welcher eine Klastenspeicherkarte mit einer Speichergröße von bis zu 128 GB unterstützt. Zudem finden Sie noch einen Reset-Knopf, um die Konfiguration zurückzusetzen, sowie zwei Status-LEDs. Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Über die Schraube an der Seite lässt sich dann die Position der Kamera variabel einstellen, was uns bei der Montage der Kamera an der Hauswand hilft, diese perfekt auszurichten. Mit der Schraube auf der Oberseite können Sie dann letztlich noch den Sonnen- bzw. Regenschutz verstellen, damit bei starker Sonneneinstrahlung oder Regen das Bild nicht negativ beeinträchtigt wird. Zum Einrichten der Kamera benötigen Sie die Cam4Home-App aus dem App Store bzw. dem Play Store für Ihr iOS- oder Android-Gerät. In der App klicken Sie dann auf das Kamerasymbol, navigieren zum Gerätemanager und können dann über das Plus-Symbol eine neue Kamera hinzufügen. Zur Konfiguration stehen WLAN, LAN und WPS zur Verfügung. Um die Seriennummer nicht abtippen zu müssen, können Sie ganz einfach den QR-Code auf der Unterseite scannen. Um die Kamera über WLAN zu verbinden, muss Ihr Gerät bereits mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein. Im nächsten Schritt wird sich dann mit dem WLAN-Netzwerk verbunden und die Kamera fängt an, sich zu konfigurieren. Hierfür wird ein 2,4 GHz Netzwerk benötigt. Falls etwas nicht geklappt hat, versuchen Sie es erneut oder drücken Sie den Reset-Knopf für 10 Sekunden lang und konfigurieren Sie die Kamera erneut. Nach der Konfiguration ist es wichtig, das Passwort der Kamera zu ändern, um Angriffe von Hackern zu vermeiden. Sie werden diesen Schritt später im Video sehen. Für die Montage benötigen Sie einen Bohrer, einen Bohreraufsatz, eventuell eine Leiter, Spachtelmasse und ein Ortungsgerät. Schritt 1. Idealen Platz für die Kamera finden Positionieren Sie die Kamera so, dass Sie alles Überwachende gut im Blick haben und sich eine Steckdose in ausreichender Nähe befindet. Überprüfen Sie die Position mit einem Live-Bild der Kamera auf Ihrem mobilen Gerät und markieren Sie sich die Stelle, an der Sie die Kamera positioniert haben wollen. Schritt 2. Lochbohren Zum Bohren des Lochs brauchen Sie einen Bohreraufsatz. Bevor Sie jedoch mit dem Bohren beginnen, sollten Sie zuerst die Sicherung ausschalten und sicherstellen, dass es keine sonstigen Gefahrenquellen gibt. Zudem sollten Sie mithilfe eines Ortungsgeräts sicherstellen, dass sich keine Stromleitungen in der Nähe befinden. Wenn Sie das Loch gebohrt haben, führen Sie die Kabel durch das Loch. Positionieren Sie die Kamera so, dass das Loch in der Halterung der Kamera nach unten zeigt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Selbiges gilt für die Aussparung des Kabels. Schrauben Sie die Kamera fest. Bei einer Holzwand können Sie die Kamera direkt mit den Schrauben montieren. Handelt es sich jedoch zum Beispiel um eine Betonwand, benötigen Sie die mitgelieferten Dübel. Schritt 3. Kabel fixieren Fixieren Sie sämtliche Kabel auf der Innenseite, zum Beispiel mit einem Tacker oder einem Kabelkanal. Schritt 4. Löcher mit Spachtelmasse füllen Schließen Sie das Kabelloch auf der Unterseite der Halterung mit der Spachtelmasse sowie auf der Innenseite, wo Ihr Kabel verläuft. Jetzt können Sie von überall auf Ihre neue Kamera im Außenbereich zugreifen und sämtliche Ereignisse überwachen. App-Funktion In der App finden Sie dann im Menü einen Punkt namens Hilfe, wo Sie unter anderem auch ein FAQ finden. Live-Bild Unter Überwachung sehen Sie dann das Live-Bild Ihrer Kamera. Hier lassen sich Schnappschüsse und Videos aufnehmen, welche dann auf Ihrem Handy gespeichert werden. Zudem können Sie direkt die Bildauflösung beliebig ändern. Je nachdem, wie Ihre Kamera montiert wurde, können Sie auch das Bild drehen oder spiegeln. Falls Sie mehrere Kameras haben, lässt sich auch die Anzahl der gleichzeitig angezeigten Live-Bilder ändern. Wenn Sie Ihr Handy nun drehen, kommen Sie in den Vollbildmodus. Manuell aufgenommene Aufnahmen ansehen Unter Lokale Daten können Sie Ihre manuell aufgenommenen Videos, die auf Ihrem Gerät gespeichert wurden, ansehen. Zudem lassen sich Aufnahmen für fortgeschrittene Nutzer auch auf einem Cloud-Speicher wie einem NAS- oder FTP-Server sichern. Kameraeinstellungen ändern Unter Gerätemanager finden Sie Ihre konfigurierte Kamera und können hier spezifische Einstellungen ändern, sowie eine Übersicht des freien Speichers auf der SD-Karte einsehen. Um das Passwort zu ändern, klicken Sie auf das zweite Symbol und danach auf Passwort ändern. Geben als altes Passwort Admin ein und klicken auf das Speichersymbol oben rechts. Mit Ihrem neuen eigenen Passwort ist Ihre Kamera nun abgesichert. Im Speichermanager lassen sich Einzelheiten zur Aufnahme festlegen, zum Beispiel wann und wie lange aufgenommen werden soll. Bewegungserkennung aktivieren Um die Bewegungserkennung zu aktivieren, klicken Sie auf das zweite Symbol. Danach aktivieren Sie die Bewegungserkennung. Unter Erweitert finden Sie Einstellmöglichkeiten für den Zeitraum, wann die Bewegungserkennung aktiv sein soll, die Verbeidauer um die Sensitivität der Kamera auf Bewegungen, die Region des Bildes, in der die Bewegungserkennung stattfinden soll. Um die Region festzulegen, können Sie einfach mit den Buttons den Bereich im Live-Bild einzeichnen. Zudem lässt sich eine automatische Video- oder Fotoaufnahme bei einer Bewegung einstellen und zum Schluss speichern Sie wieder mit dem Speichersymbol. Um eine Benachrichtigung bei einer Bewegung auf das Handy zu bekommen, lässt sich unter Alarmmanager und Push-Konfiguration die gewünschte Kamera auswählen und aktivieren. Hier können Sie dann unter Bewegungserkennung den IPC-Kanal auswählen und bekommen ab jetzt immer eine Benachrichtigung, sobald die Bewegungserkennung der Kamera aktiv wird. Zudem können Sie auswählen, ob Sie das aufgenommene Video, einen Schnappschuss oder das Live-Bild der Kamera angezeigt bekommen wollen. Im Alarmmanager unter Ereignisliste lassen sich dann alle Ereignisse anzeigen und auch hier speichern Sie wieder mit dem Speichersymbol. Automatische oder geplante Videoaufnahmen ansehen Unter Aufnahmen abspielen sehen Sie dann alle Aufnahmen, welche auf der SD-Karte gespeichert sind und zum Beispiel durch die Bewegungserkennung aufgenommen wurden und können diese abspielen. Standardmäßig werden alle Alarme durch Bewegungserkennung oder den Zeitplan auf der SD-Karte gespeichert. Alternativ können Sie diese Aufnahmen auch auf einem NAS- oder FTP-Server speichern lassen. WLAN-Signal verstärken Falls die Bilanzstärke zum Beispiel bei Betonwänden mit Stahlarmierung nicht ausreicht, kann zum Beispiel auf einen WLAN-Repeater oder auf die Powerline-Technologie zurückgegriffen werden, wo das Internet über die Stromleitung an einen neuen Access-Point weitergeleitet wird. So können wir überall einen solchen Access-Point installieren und die Kamera problemlos über LAN oder WLAN mittreiben.